Kategorie Smart V2V Next Kraftwerke GmbH für virtuelles Kraftwerk Nextpool. Das virtuelle Kraftwerk Nextpool vernetzt dezentrale Anlagen der erneuerbaren Energien und tritt mit der gebündelten Leistung als Großkraftwerk auf. Selbst kleine Stromproduzenten und Stromverbraucher erhalten so Zugang zu bisher unerreichbaren Strommärkten. Die Steuerung der mehr als 2800 vernetzten Anlagen basiert auf einer vollautomatisierten M2M-Kommunikation mit speziell entwickelten Algorithmen, um permanent den Betrieb zu optimieren.